Das ist einer von den geilsten Momente, das iPhone 8 Plus, der Voktron 3, die Schutzfolie abziehen, das ist fast wie ein Orgasmus. Jetzt mache ich es so, ich bin verrückt, aber ich habe es. Die Box, hoffentlich ist alles ganz. So, wie immer, designt bei Apple in California. Er ist ganz, er ist drin, der Voktron 3, Vater. Hin, das Glas, guck, ohne Fingerabdruck, der schickt drauf, Vater. Alles neu, jetzt bleibe ich hängen. Ich lege es mal kurz auf die Seite, guck, was noch drin ist. Wie immer, Vorstecker, Ladekabel, Stecker. Okay, tun wir die Box mal auf die Seite. Hier. Das ist auch noch das Gold, ne? Ist ein bisschen schon übersehen, fast, ne? Ah, geil die Farbe, Alter. Geil die Farbe. So, jetzt machen wir alles nur die Schutzfolie ab. Da ist es noch kalt, hoffentlich geht, ne? Jetzt bleibe ich hängen, ne? Jetzt bleibe ich hängen. Hallo. Press Home to open. Deutsch. Das ist das geile Teil, Alter. Das ist ein Klotz. Das ist cool, Alter. Das ist echt geil. Ich mach jetzt erstmal noch eine SIM Card neu, oder? Ich mach erstmal eine SIM Card neu. Aber dazu muss ich das ausschalten, weil ich die SIM Card raus mache. Ich denke, wir stoppen. Ich denke, wir stoppen.